Showa Deinichi Toyoda, 75 cm weiblich. Wir haben als Tossei gekauft, hat sich sehr gut entwickelt. Tolles Benni, sehr schönes Subi, sieht man hier, Kindai Showa. Ist gerad, stellt sich aber immer den Krumm in die Wanne, wer hier Interesse hat, sehr schön aus ist. Einziger Mango ist jetzt eine weiße und eine schwarze Flosse, ob er wen der stört oder nicht stört, das muss der Kunde entscheiden, ansonsten ist der Fall wirklich eine Augenweite.